Was? Tja Ja W-Wann hast du dich denn geschmissen? Wo ist das denn geburt gegangen? Nein beim 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 jamming Bei mir halt nur Jetzt schreibt man lieber Ringer und Ringer und Ringer und Ringer und Ringer und Ringer und Ringer Ach so Jetzt 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 Ich habe im Herbst den Zapphebel verkratzt, länger auf den Tank geklappt, der ganze Dori-Tank verbeult, ja aber nicht so richtig tiefe Fette, da ist ja teilweise schon ein richtiger Lack und das ist die Grundierung durch, ja dann halt Fußrastenträger rum, ja ne ist der neue Schalthebel krumm, Tacho kaputt, Schnellgasgrift total gehimmelt, ja dann hat er halt noch ein Dings, was wollte ich nicht sagen, so den Spiegel gehimmelt, Sitzbankaufnahme krumm gebogen und die Schraube abgerissen, Sitzbankaufnahme vorne, das hat er auch so einen coolen Sitz wie Tja, ich werde mich nochmal dran erinnern, ich bin jetzt voll drin im Wheelie Game, ah ja Shishis letzte Mal, wo das mal vorbeigefahren ist, gediegen flex raushauen Das war so schön, das war so schön Na da ist so, da ist von Gladbach, wo wir unten bei der, bei der Felderbank fahren, ist von Gladbach irgend so eine Aldo lang gefahren und wie so, ist das ein Vibe, Jamie so, wollt, wollt eh tanken fahren und was wollt sie da, tanken, ne? Und da ist er dann hoch halt tanken gefahren und vor, vor dem Vibe hat er die Bude nach oben gerissen, dann auf einmal kam er, also ging es ein bisschen zu weit nach hinten, dann sind die Beine runter, es hat den Ding ein bisschen umher gerannt, also hat er die Beine unten, dann ist er halt so ein bisschen umher gestrampelt, aber er hat das Ding noch gehalten, wir haben eigentlich gedacht, er ist komplett rum. Ja, bisschen peinlich, aber Es sah im Prinzip so aus wie beim Richard, bloß der Richard hat sie dann weiter weggeschmissen Kann ja auch nicht Ach, Armin, Junge Ja, aber du kannst ja wenigstens und machst das mit Technik Der Herbst, der ist rau-, nee, der Also, ja, ich wollte gerade fragen, also, nichts gegen die Jamie, aber wo ist da der Technik? Naja Es ist, es ist kontrollierter einfach Der Herbst, der rupt ja wirklich einfach nur brutal die Karre hoch, schlägt in der Luft ein und raus steht, ist man schon halb ein Graben Ja, er kann halt nichts Lappelt's, la luli Vor allem auch gestern Mit den anderen in der Party, mit den Wessis hier Und er macht die die ganze Zeit drum Oh, die Wessis hier Hör mir auf mit dem Was spielen die Rast? Wessis uns spielen Rast Mhh Hör mir das letzte Mal, wo wir gezockt haben, es war frühs um neun oder um zehn, ne, ruft er mich an Ey, Udin, geh mal kurz dran, muss ihm was zeigen Ruft er mich, Videoanruf an, ich geh ran Er hält da so ne Packung hoch Salami-Sticks Hat er sich genüsslich Salami-Sticks neingeschoben Hoffentlich auch in die richtige Eröffnung, so bild wie der ist Boah, ich bin den ganzen Tag gestorben Ach Mann Habt ihr morgen Schule? Fühl ich, fahren wir morgen zusammen Ach nee Ich glaube, ich werde es morgen Ähm Okay Was? Ich spür FIFA Also Julien, ich ziehe jetzt ne Mauer um unsere Base und um deine Julien überhaupt da Julien ist nicht da Ah, passt auf Der ist auch Penn Ach ja, stimmt, der, ja egal, ich ziehe die trotzdem um ihn herum Ja, komm einfach morgen früh um vier wieder runter, ist er wieder da Ja, ich weiß Ich find's eh das mal schön wild beim Schulien, jedes Mal Hat er so normal beim Zocken So nen, also so nen normalen Schlaflug muss Wenn die Schule anfängt Geht er früh so um fünfe pennen Hm Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Ich warte die ganze Zeit draußen, bis du dein Tor bläst Ich warte die ganze Zeit draußen, bis du dein Tor bläst All der Steine